Die Geschwindigkeit Bei der Geschwindigkeit erzielt die Canon PowerShot SX280HS mit Ausnahme der Serienbildrate ein sehr gutes Ergebnis. 3,1 Bilder pro Sekunde, wenn auch nur durch die Größe und die Geschwindigkeit der Speicherkarte limitiert, sind ein dürftiges Ergebnis. Immerhin gibt es allerdings einen speziellen Highspeed-Modus, der deutlich mehr Bilder pro Sekunde, für allerdings nur sieben Aufnahmen in Folge, erlaubt. Besser sieht es bei der Auslöseverzögerung und der Fokussierungszeit aus. Hier kann die Canon PowerShot SX280HS mit 0,02 bzw. 0,22 Sekunden ohne Frage überzeugen. Selbst am Teleende arbeitet der Autofokus ausreichend flott. Mit 1,40 Sekunden ist die Reisesoom-Kamera ebenfalls sehr schnell gestartet. Das erste Bild ist nach nur 1,49 Sekunden im Kasten. Insgesamt ist die Arbeitsgeschwindigkeit der Reisesoom-Kamera somit gut bis sehr gut. Wer keine schnelle Serienbildaufnahme benötigt, wird mit der Geschwindigkeit der SX280HS auf jeden Fall sehr zufrieden sein. Wie dkamera.de die Geschwindigkeit der Kamera testet, sehen Sie im Folgenden. D-kamera.de testet die Geschwindigkeit der Digitalkameras in einem aufwändigen und technisch anspruchsvollen Verfahren. Der Testaufbau mit einem speziell für diesen Zweck geeigneten Geschwindigkeitsmessgerät verrät uns unter anderem die Bildfrequenz, die Auslöseverzögerung, die Fokussier- und Einschaltzeit. Die Ergebnisse der einzelnen Modelle finden Sie im Testbericht unter dem Reiter Geschwindigkeit. Der Testaufbau mit einem Sklapp. Die Auslöseverzögerung sind alle Schöpfung im Testbericht. Die Auslösenverzögerung sind alle Schöpfung im Testbericht, den Auslösenverzögerung, die Geschwindigkeit der�谁e und der Schöpfung im Testbericht, die Fokussierungsverzögerung auf den Schöpfung im Testben. Vielen Dank.